... nutzen die S-Bahn bis Berliner Tor und steigen dort in den Schienenersatzverkehr um. Ich wiederhole, Reisende nach Hamburg-Bergedorf nutzen wir nicht die Linie RI1 in Richtung München oder Rostock, sondern nutzen die S-Bahn bis Berliner Tor und steigen dort in den Schienenersatzverkehr um. Aufgrund der Überführung kann der RI1 sonst nicht glücklich abfahren. ... 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